Die Tierschutzorganisationen PETA und ANIMA NATURALES haben im spanischen Pamplona gegen Stierkämpfe protestiert. Die Demonstranten trugen halbtransparente rote Tücher und Stierhörner auf dem Kopf. Dazu Schilder in verschiedenen Sprachen. Pamplona, Gewalt und Tod für Stiere. Eine Woche lang dauert der weltbekannte Stierlauf bei den San Fermines. Die Tierschutzorganisationen fordern die Abschaffung. Es handele sich um Tierquälerei.